Hi und willkommen zurück zu Mario Maker. Lieber beim Level, was lautstern sehr seltsam soll. Wir werden es jetzt sehen. Dieser kleine Giftpist, der verfolgt einen. Den darf man halt einfach nur nichts. Der darf einfach nur wissen. Dann ist alles gut. Was ist denn das für uns heiße? Das habe ich aber auch gesagt. Die sollten den Bildschirm schneller machen. Aber wie sollen das so gehen? Ich habe sogar den Chefkoch beleidigt, der dieses Mail erstellt hat. Ja, der Chefkoch, der hat ihn vor dem Pistik verwendet. Das ist er. Ja, hallo. Loll, das geht. Das ist er. Loll, man kann ihn so ausmurksen. Meine Technik war, dass ich immer von den Hügel zu den anderen Hügel gesprungen bin. Das hat ihn ein bisschen langsamer gemacht. Also so dumm, 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 dumm. Gute Idee. Das Level ist halt abgrund. Das ist ja AIDS pur. Zweiter Versuch und der flippt schon aus. Ich habe 20 Versuche gehabt. Dann trinke ich mal. Ah ja, Chefkoch hier. Und lehne mich zurück und er darf mich in einer Stunde wecken. In einer Stunde habe ich das Level 10 mal durch. Weil ich kein Noob bin. Aber du bist. So, man muss das halt hier rumdrehen. Ach komm. Ja, das ist diese Hetze, die hier. Stopp mal. Ganz ehrlich. Mir geht dieses Ding gerade so offen. Ich hab die Idee. So mal. Und du machst das echt. Wir nehmen jetzt, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen den Radierer und radieren diesen Pils weg. Das geht nicht. Was so wird. Nein. Ich bin noch genug. So, das ist ja hier ganz schön. Dann nächste Idee. Du machst ein Pauch. Ja, ist ja noch daneben. Ja, hallo. I like this. Äh? Du musst wieder auf den Stern und dann... Let's go! Und das verpflichtet das jetzt, ne? Haha. Wetten, der kommt, klar ist, wieder. Ich bin tot mit dem Stern. Wetten, sobald ihr Scheiß-Stern weg ist, kommt dir fast wieder. Null. Ja, der ist jetzt weg, ne? Wenn du stirbst, lache ich dich aus. Sieht aber so, ich die Gefahr hätte weggeräumt, ne? Ja, weil du geschummelt hast, das ist nur für Noobs. Ja, also ich komme in diesem Level hier nie weiter. Außerdem, ähm... Ich weiß, da kommt aber gleich wieder dieser. Und dann... Was ist denn? Dann musst du halt hier effektive Probleme lösen. Nein, das ist nur für ihn. Glaube ich. Da war ich auch. So, bist du gekommen. Mhm. Die Schlimmste war, ich weiß nicht mal, wie weit es dann noch war, bis dorthin. Wetten, ich komme gleich das Ziel oder so. Ne, gut, jetzt würde ich das Heißpilz weg, bis ich das eigentlich alles gar nicht so schwer. Ähm... Man weiß halt nicht so. Ja, aber ohne den Pilz hat das Level auch nicht viel Sinn. Okay. Da war ja so ein Stern. Das ist wie das Inventar in 3D-Wald, ne? Genau. Die waren echt so knapp, weil... Tja, jetzt sind wir am Ziel. Wird ein bisschen rumgetrickst, aber das ist... das haben sie ja nie. Ich finde, ich bin ein bisschen geleidigt hier. Ganz jetzt. Ich mache keine Palium an. Doch. Das Video hat sehr Qualität, ja? Das Video hat kein bisschen geleidigt. Was für ein Glück, dass ich eh das Sound-Bot ausgesaltet habe, sodass man hier nicht ein Video hört. Hört man es nicht? Nee. Ich sehe, wenn man dort drückt. Dann passiert gar nichts. Siehst du? Doch. Wenn du es wärst. Nö. Seiße, ne? Du machst es aber schon seit wie vielen Jahren bist du? Seit März 2016. Februar 2016. Nice. Drei Jahre schon. Ja. Und dann haben wir immer noch was mit Money. Mach doch mal die Kanone, die klingt cool. Was? Was? Oh, davon haben wir gar kein Geld. Money. Ja! Es wird eine fette Kanone haben, ne? Ja, nein. Äh. Ich glaube, ich gehe dann. An was da gesetzt sind wieder hier? Das ist... Ah, ein Blaster. Oh, shit. Ah, ja. Fünf neue Aufträge hatte ich da tot hier. Plink, Plok, Pluff. Hauptsache, die ist erst mal Puff. Ich frag mich eigentlich, ob man auch Mario als Luigi ähm verändern kann. Luigi. Hä? 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 Du Scheiße! Oh, nein! Oh, Gott. Ja, ich kenne ihn noch aus der The World. Das weiß ich noch. Da hab ich's immer zusammen mit netten Leuten gespielt und wir waren alle schon scheiße für dieses LEVEL Aber jetzt hab ich Skill Nö, ich hab's mit Freunden gespielt, ich hab also so gesehen Freunde beleidigt Ich muss mal ein gutes Taktikgefühl haben Mit wem hast du gespielt? Äh, mit was sie in den Leuten Kennst du, du bist im größten Teil aus deiner Klasse Ich will nicht hier keinen Namen Zum Beispiel Mr. Snow Nö, also nicht 3D World Ach, scheiße Ich entscheide was es muss Was, siehst du? War alles geplant BAM BAM So ein Hasskraterfell Wie war's, oder? Puh Puh Schumstück Puh 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 Er ist hochgesprungen Er ist hochgesprungen, ich glaub eher du bist hochgesprungen gesprungen okay vielleicht auch es aber ist doch alles dasselbe im bund ich bin doch da auf die rosa sie haben es doch fetten breit auf diese rosa blöcke gestellt hier als maul isi immer noch keiner mag das ja du bist auch keiner meinst das ja pisse das hier danke sind auch ameisen hallo wechsel doch ich kann das level kommt mal hier hergerollt na im ernst komm ein bisschen her du bist ja albert aus dem kühlschrank draußen hallo was kann ich denn machen das ist kein spielzeug her einfalls den knopf drücken das stream ist vorbei hier rapsa weg im killer garden hier ja ich basten ding das trifft mich einfach heute wurden keine schimpfte benutzt in diesem ich bin noch gesprungen der titel wird wahrscheinlich sein schimpfwörter schimpfwörter und noch nicht probier dann lag da ist nämlich viel mehr finde ich auch scheiße und zwar kompliziertere. Na gut, das war jetzt das Soweit doch einfach. So, bin ich auch ohne Probleme gekommen. Oder auch nicht. Hä? Doch bin ich. Das kann ich auch. Toll. Genauso wie du. Aber ich kann es besser. So, alles geplant, natürlich. Ja, und auch das ist wieder geplant, dass du quasi... Tschau. Tschau. Wie dieses Geräusch, wenn diese fetten Ameisen aus der Rohre rauskommen, haut das eklig an. Ah! Ich hab, ich hab das Geräusch nicht gehört. Der Ton ist bei mir ein bisschen kaputt. Ja, Samsung halt, ne? Ja, für Apple funktioniert alles. Aber weißt du, was gecheatet ist? Nö. Ich hab... Ich hab... Leih... Ganz krass. Let's... hat sie dir alles aber scheißen vor dir. Hat ja ganz sans Fuß. Aber hallo. Was? Was? Oh! Eins ist halt einfach, wenn man nicht so dumm ist wie wir. Stopp des. Dieses Geräusch. Du musst da... Gut. Nee, da hat es nicht hin gemüsst. Oh, Lull. Hacker. Du nennst mich ein Hacker? Du nennst mich ein Hacker? Hacker. Da ist nichts. Doch, da ist eine Münze. Scheiße auf die Münze, du überlegst da gar nichts neben. Ja. Wenn du jetzt hier noch einen dummen Arztfehler machst, musst du den ganzen Tag wieder machen. Ja man, ich bin bestimmt, wie fette Arma es jetzt ficken wird. Okay. Reingeschaut. So. Er ist so witzig. 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 In der Tat. Er ist so witzig. Ja, vier Sterne sind mir drei Sterne zu viel. So. Ich würde eher sagen, vier Sterne, da du eh nur ein Noob bist. Das passt mal auf, was du sagst, der Kleiner, ne? Sonst wird hier bald ein fetter Samuel hier sitzen, satieren ans Herz. So. Wo geht's hier lang? Zum Glück schaut da auch nicht unsere Videos hin. Hi. Ach, der weiß das, man lässt es uns unnimm. Ist ja eigentlich nur Spaß. Aber Moment, was, was zum, was zum Bums geht hier ab? Wo du die Musik gehst? Da, 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 da! Da, da. Da, da. Da, da. Ganz toll, machst du kurz. Oh, weiße. Oh, fuck. Haha, noob. Hallo, warte ab. Noob. Hacker. Noob. Nenn mich nicht Noob, ja. Noob. Na! Noob. Das Level ist lol. Alter Hacker! Wie soll man den ausweisen? Man wird direkt von einer zu anderen Seite so gerammelt. Ich will den Schossen. Alter, ich soll wen? Da drücken sie. Da war Wind? Ah, das habe ich nicht gesehen. Siehst du? Das brennt, ne? Also, ich sehe dann... Das ist alles auf der Turnier da gewesen. Ich kann auf dir hinziehen. Abkürzung halt. Hacker! Hacker! Hacker dürfen das! Oh, und da sind das... Wow! 36% hier! Wow! Scatting in Critical! Die schrecklichste Wippenfestung! 3 Sterne, wenn du da schaust! Dann sag ich... Ich hab doch das letzte gesauft! Was hast du heute geschafft? Das letzte Level. Das war auch ein 3 Sterne Globus. Oder? Ja! Also, diese Musik, die ist voll zu die Lens da... Wenn du mal die Klappe hältst, kannst du die hören. Aua... Oh... Hat er angenommen. Aber wie ist denn... Aber das muss mir doch hier so umdingsen. Hä? WTF? Und wie soll es jetzt hier weiter... Ah Leute, so geht's weiter. Hacker! Ich glaub, die war das man da rein geht. Also, wenn ein Pfeil dort zeigt, dann heißt es... Dort nicht! Ja, da ist mir auch immer. Also, was sind diese vierchen Trägern? Da halt wirklich so hardcore. Was ist mit Angst? Oh Gott! Da muss man alles wieder hoch, ne? Ist gut! Viel Spaß, jetzt hochzuwählen. Ja... 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 Papa von anderen Lieben. Papa hat das da wieder gebaut. Das ist so kritisch, ne? Das kommt drauf an, welcher Vater. Nein, das ist bei... Also, wenn's mein Vater gebaut hat, dann... Ich wollte als erstes mal nur ein Video spielen. Siehst du? So läuft der Hase. So altmodisch. Hm? Mein Vater ist altmodisch. Ich muss einfach auf... Off... Off! Off! As hell! Off! Weiß es doch! Leute, lass halt, ob du's auch weißt. Er ist heute ein bisschen schlecht gelaunt, denn heute in der Schule muss er sich befreien lassen. Er war sehr übel. Ja. Er hat seine fünf Lieblingsfächer verpasst. Ja. Spanisch, Kimi, Bewirtschaft, Geschichte. Bei Hammer und Schal. Geschichte bei Hammer und Schal. Mein Lieblingslehrer. Hallo! Du musst Gott die Chu nehmen! Ich weiß. Nachdem ich's dir gesagt hab, ja. Das Spiel also doch eine... Eine Physik. Nach dem Motto, was fetter ist, das... Wie war eigentlich Physik? Das ist der Esst hier. Oh oh. Spast! Aha. Ich will nicht mehr irgendwann so was in die Richtung wie ein Midway-Flag kommen. Oder so! Ohhhh. Ah Please what Was Was wollen jetzt denn hier? A B Oh Auf die Idee muss man auch erst mal kommen Dann wärst du es nicht drauf bekommen ne Nö Hier muss man erst ein Ein bisschen nachdenken Da bin ich überfordert müssen halbacht Hier aber noch bin ich hier im Rennen Warte ich geb dir ein paar IQ Punkte mehr Also Warte mal so du stehst so auf 120 Von Von Warum von Ja was ist gut hier 120 passt doch Was ist denn du für eine IQ 133 Minus 5 Oh Aber was ist denn das jetzt hier von Äh Du musst doch da hoch Du musst doch da hoch Du musst drunter weil der Pfeil nach oben zeigt Deswegen muss man immer in die Ja nee das Ja haha Bist du lustig ich lachen ist tot Du musst Du musst den Skeletter hoch bringen Hä Hä Weil Damit du drauf springen kannst und dann mal einen höheren Sprung hast Deswegen gibt es auch die Notblocks Ah Klingelt das Du heilige Oh Oh mein Gott Wieso Hallo Warte Doch nicht so Doch nicht so Oh Ich muss hinten stehen bleiben Ich muss nur gewiss Verlagerungen Scheiße mann Hast auch so nicht geplant Jetzt sie Och Ja Ja Zulässer Zulässer Viel Spaß bei Minamara Ah Nee Deswegen heißt das Spiel auch die schreckliche Wippenfestung Wurde sie selber machen wenn man hier Einen unbiss halten Praktikant setzen hat Jetzt weißt du, was für mich es geht, deshalb türst du die jetzt hier so einfach, ne, bis es alle. Na klar. So. Komm, jetzt speedrun. Warum hat der die Münze nicht genommen? Dann nehmt den jetzt. So. 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 anstellt. Ich kenne jemanden im Kern, der glücklich macht. Das hat der Ego gerade eben selber gesagt, was das ist. Mwah. Mori. Also machen sie das selbst. Okay. Nein. Ui. Moni. Ui. Bruder muss los. Wohin? Kacken? Guck. 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 Loll. Du 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 du. Ich werde bestimmt auch das brauchen. Geil. Ich weiß. Oh der Part geht eine halbe Stunde lang. Schul ist ja doch le... Was denn? Der Part geht eine halbe Stunde lang, Alter. Wieso? Eigentlich ist das so lang, als er sein sollte. Was ist das kaltiert hier? Ja dann wird es eben der einzige Part in einem Tag sein. Hahaha. Pech gehabt. So. Pech gehabt. Dann war es das mit dem Part. Adios amigos bis bald. Das war es kaltiert. Hahaha. 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 Haha! choses sein. rotating